Mir entkommt keiner. Wow, was für eine Show, du hast mein Leben gerettet. Aha, und wie kommen wir hier raus? Ah, gut, dass du fragst. Hinter dieser Wächterstatue liegen geheime Katakomben der Eingeborenen und somit ein Ausgang. Ihre Geschichte ist dort in Form von Wandmalereien festgehalten. Interessanterweise denken diese Trottel, sie seien von einem Dämon namens, äh, Octi-Guy verflucht worden. Sie glauben, er hätte ihre Steve-Wächter getötet und ihr Wasser gestohlen. Aber ihre Steve-Würden schlicht und einfach erschossen und an ihrer Wassernot ist der Damm schuld. Was für abergläubische kleine Schisser. Hä, ist wohl an der Zeit für ein paar Ausgrabungen. Vielleicht hast du recht und das ist der Ausgang. Ja, pass aber lieber auf, wo du hintrittst, sonst könntest du, äh... Oh, hups. Tja, da die Banditen jetzt weg sind, werde ich hierbleiben und meine Arbeit beenden. Man sieht sich in der Stadt.